Hallo Freunde, willkommen in meinem Spa-Salon. Mal schauen, wer für heute einen Termin hat. Barbie und Teresa. Ich habe mir gar nicht notiert, was für eine Behandlung sie wollen. Naja, sie kommen ja gleich. Dann werden wir schon sehen. So, da sind wir. Hallo Nicole. Hallo Mädels, was kann ich für euch tun? Tja, wir wollen beide ein bisschen an Gewicht verlieren. Kannst du uns bitte helfen? Barbie, du hast ja nun wirklich nicht zu viel auf den Knochen. Am besten, wir wiegen euch beide erstmal. Barbie, du zuerst. Hm, 55 Kilo. Barbie, das ist doch Idealgewicht. Du könntest sogar noch ein bisschen zunehmen. Ach so, dann habe ich wohl übertrieben. Ja Barbie, das glaube ich auch. Teresa, jetzt bist du dran. Oh je, ich habe aber zugenommen. Hm, keine Sorge, Teresa. Das sind nur ein paar Kilo. Das kriegen wir schon in den Griff. Hm, Nicole, was hast du denn vor? Teresa, für dich können wir eine Thermo, also eine Wärmebehandlung machen. Und Barbie, damit du nicht auch umsonst gekommen bist, machen wir für dich eine Gesichtsmaske. Okay? Oh ja. Teresa, zieh du den Badeanzug an und ich bereite so lange alles für die Behandlung vor. Okay. Ah, da bist du ja. Leg dich schön hier drauf. Handschuhe dürfen nicht fehlen. Teresa, ich werde gleich eine spezielle Creme auf deine Beine auftragen. Das kann ein kleines bisschen brennen, aber wer schön sein will, muss leiden. Das kann ein kleines bisschen brennen. So, und weil sich die Inhaltsstoffe bei Wärme noch besser entfalten, wickeln wir jetzt deine Beine ein. Hebst du bitte mal die Beine an? Klar. Das bleibt jetzt eine halbe Stunde so. Barbie, und jetzt machen wir deine Gesichtsmaske. Wo soll ich mich hinsetzen? Hierher, Barbie. Diese Maske wirkt sehr entspannt auf die Haut. Die halbe Stunde ist um. Jetzt wischen wir die Salbe wieder ab. Jetzt wischen wir die Salbe wieder ab. Du musst also nächste Woche wieder kommen. Geht klar. Teresa, du kannst dich wieder umziehen. Und ich kümmere mich jetzt um Barbie. Ach, die Maske hat mir gut getan. Jetzt tragen wir noch eine feuchtigkeitsspendende Creme auf. Hm, meine Haut ist ganz weich. Barbie, bist du soweit? Hm, hm. Teresa, damit die Behandlung noch besser anschlägt, solltest du auch Sport treiben und dich gesund ernähren. Wir sehen uns dann nächste Woche. Dankeschön, Nicole. Tschüss. Tschüss.